Gut, der Umbau schon mal soweit okay. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich hier die Buslinien anbringe. Ja, und heute werde ich mich jetzt hier an den Pariser Hauptbahnhof Umbau machen. Ganz einfach aus dem Grunde, ich will das ja weiter nach Madrid machen, die Zugverbindung und auch nach London den Eurotunnel und dazu muss der hier jetzt ordentlich sein. Dazu muss ich hier natürlich das Ganze auf die neue Ebene hier oben bringen. So, das muss ich hier weglöschen, genauso wie das. Das wären 3, 5, 6, 6, ich baue das jetzt gleich mal hier bis auf Maximallänge. 4, 3, 6, 9, 10. Okay. So. Und hier das genauso. So, jetzt müssen die natürlich da rüber fahren, das heißt ich muss den hier erstmal so anschließen. Und hier drüben natürlich. kommt ja dann das zweigleisige Gleis auch noch raus. So. Hier geht's raus und da geht's rein. So. So. So, das heißt, hier diesen einen Bahnsteig reiße ich schon mal ab, damit ich hier die eine Zugverbindung schon ganz gut hinkriege, die Doppelkleisigkeit. So. Thales. Fagesse, Luxemburg, Paris. Paris Bahnhof, so, genau. Das heißt, Linie ändern. Pariser Hauptbahnhof nicht mehr hier, sondern hier. So. 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 Na toll, das springt ja jetzt hier hin und her, wir ändern, löschen, einfügen und hier wieder 66 und die 1, ok, das muss ich nicht ändern, gut, das ist die Frage, müsste ich jetzt alles durch haben? Ja gut, ich werde es ja bald wissen, weil ich werde hier das abreißen müssen und hier werde die nur noch rausfahren lassen. Das kann ich auch schon mal abreißen. Und nicht laden, sollen die mal rausfahren? Und das hier auch nicht laden, sollen wir fahren? Okay. Gut. Gut. Damit kann ich hier das alles abreißen. Und im Prinzip auch das hier jetzt weg. Wie, die Wege sind nicht miteinander verbunden? Natürlich. Also. So. Gut. Der Umbau ist schon mal so weit ok. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich hier die Buslinien anbringe. So. So. das lässt sich vielleicht erstmal dort, wenn ich weiß, wie viele Gleise oder so ich da noch brauche. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Gut. Jetzt habe ich den nämlich umgebaut. Jetzt kann ich wirklich überlegen, ob ich hier dann nach England, nach London den in eurer Tunnelbau. Teils. Okay, das sind nur Kutschen. Aber das ist doch eigentlich ziemlich überfüllt. Ja, Passagiere. Zack. Ähm, Paris, Paris erstmal. Das müssen wir echt mal löchen. Paris, 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 Paris. Können wir uns gleich in Paris quasi. Kopieren. Zwei. Stuttstadt. So. Details. Details. Ausmustern. Ach, 20.000 Kilometer. Das reicht. Dass er auch mal fährt. Muss ja nicht, ne? So. Jetzt. Ich habe nur noch eine Linie, die wir löschen konnten, ne? Bristol, Berlin, London. So. Weg damit. Kann man eigentlich auch noch erweitern, das Ganze hier. Um einen Platz, wenn wir eh gerade dabei sind, Paris hier zu machen. Dann wäre hier der Optimale. Deswegen löschen wir das Stück mal. Und bauen hier die Straße um. Wenn das jetzt hier quasi. Dann lassen wir es bei Dorfplatz. Dann nehmen wir das hier. Elbstadt. So. Und das heißt nochmal zurück auf die Linie Dorf. Und ändern. So. Rathaus. Dorfplatz. Dann Altstadt. Dorfplatz. Und dann wieder Rathaus. Und die Wache. Gut. Ja, ich glaube, das läuft so ganz, ganz gut hier. Die wollen nach Bad O. Einwandfrei. Läuft. Läuft. Also läuft. So. Rathaus. Hauptbahnhof. Da sammeln sich die Säcke an von Post. Also knallen wir da gleich mal noch zwei Postkutschen drauf. Paris, 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 Paris. Das hat schon ein elendes Gescrolle. Paris. Hauptbahnhof Dorf. Quatsch. Hauptbahnhof Rathaus. Zwei. Ja, Schott, Start. So. Damit sollte jetzt dieses Problem Paris soweit behoben sein. Als nächstes entweder Eurotunnel oder Moskau genauso vergrößern. Dann. 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 können wir diese Express-Routenlinie hier auch vervielfältigen. Dein. Dieруп Dieoffen hier, ok. Ja, also komme ich jetzt hier mal zum Ende, denke ich mal. Wir haben jetzt hier Paris ganz gut gelöst, den Bahnhof größer gemacht, zukunftsorientiert. Und als nächstes, ja, Moskau oder hier Euro-Tunnel. Mal schauen, was ich mir noch so überlege hier. In diesem Sinne, bis denn dann, euer Prisus. Ja, also, bis denn dann, euer Prisus.